Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 28. Oktober. Heute haben wir dabei Windows 10X, Adobe, Uber Eats, Tesla und Microsoft. Beginnen tun wir mit Microsoft und Windows 10X oder 10X, wie man es auch nennen möchte. Das ist das neue Betriebssystem von Microsoft, was eigentlich für die neue Surface Neo Hardware entwickelt wurde und darauf laufen soll. Und das wird es auch tun. Aber jetzt kam raus, dass es auch auf traditionellen Notebooks laufen wird. Also sprich normale klappbare Notebooks, unten Tastatur, oben Bildschirm und nicht diese zwei Bildschirmlösungen des Surface Neo. Ja, könnt ihr euch also drauf freuen. Wo man sich nicht drüber freuen kann und ich zumindest auch nicht, ist, dass Adobe ein Datenleak hatte. Also es waren 7,5 Millionen Datensätze von Nutzern ungeschützt erreichbar. Das kam jetzt raus, das hat Comparitech nicht entdeckt, doch entdeckt und rausgefunden. Die haben entsprechend Adobe informiert am 19. Oktober und Adobe hat es mittlerweile halt auch abgestellt. Also das Datenleak ist geschlossen. Nichtsdestotrotz, es gab wohl Zugriff auf unter anderem folgende Einträge aus der Adobe Datenbank. Wenn ihr dort ein Creative Cloud Konto zum Beispiel habt. Die E-Mail Adressen, Datum der Accounterstellung, welche Adobe Produkte genutzt werden, der Abo-Status. Ja, ob der Nutzer ein Adobe Mitarbeiter ist, die Member IDs, das Land, der letzte Login und der Zahlungsstatus. Also schon einiges an Daten und schön ist das nicht. Also dabei kann man auch wieder empfehlen, schaltet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Die ist vielleicht ein bisschen nervig, aber sie tut was Gutes. Nächstes Thema, Uber. Die haben ja mit Uber Eats einen Lieferdienst für Essen. Und dort testen sie jetzt anscheinend in San Francisco ein neues Feature. Und zwar das Feature Moments, was praktisch keine Essenslieferung ist, sondern man bucht da Experiences rund ums Essen, möchte ich es mal beschreiben. Beispielsweise eine 75 Dollar Lernstunde, wie man chinesische Dumplings selber macht. Oder ein 55 Dollar 5-Gänge-Nigeranisches Menü. Also nicht eben nur noch 15 Sachen. Und ähnlich hat es auch der Kollege von Airbnb gemacht. Oder die Kollegin von Airbnb besser gesagt. Die haben nämlich auch das normale Mieten auch mittlerweile um Experiences erweitert. Und das läuft wohl da ganz gut. Und da hat sich Uber was abgeguckt. Mal sehen, ob das auch ausgerollt wird und wir das hier auch kriegen. Tesla. Die haben ja neben ihren Elektroautos auch Solardächer angekündigt. Beziehungsweise in Produktion. Also Dachziegel, die gleichzeitig der Dachziegel sind und gleichzeitig ein Solarpanel. Und ja, jetzt sind die V3 Solar Roof Panels erhältlich und im Bau. Und auf der Tesla Webseite könnt ihr durchrechnen, was euch euer Dach kosten würde. Also in Amerika logischerweise. Und dabei kam raus, dass Tesla die Dachziegel natürlich entsprechend schlau konfiguriert hat. Denn sie sind ja all in one und sind damit günstiger, als wenn man ganz normale Dachziegel oder Dachbedeckungen hätte. Und darauf dann ganz normale andere Solarpanels setzt. Also auf jeden Fall, wenn man ein neues Dach hat, dann ist man eigentlich ganz gut beraten, sich mal diese Tesla-Lösung anzuschauen. Wenn man ein relativ neues, normales Dach hat, dann macht das eher weniger Sinn. Das hat selbst Elon Musk selber gesagt. Und letztes Thema für heute, ja, große Feierlaune bei Microsoft wahrscheinlich. Denn die haben jetzt einen 10-Milliarden-Auftrag vom Pentagon, also vom US Department of Defense, das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika, gewonnen. Ja, 10 Milliarden über den Zeitraum von 10 Jahren. Und da wird Microsoft dem Pentagon die Infrastruktur und die Plattform-Services in der Cloud zur Verfügung stellen. Und ganz interessant, in der letzten Runde haben sie Amazon geschlagen. Die haben nämlich auch mitgeboten. Und davor haben Amazon und Microsoft beispielsweise IBM und Oracle geschlagen. Ja, also auf jeden Fall schöner Erfolg. Und damit beenden wir auch die Folge für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.